So, meine Damen und Herren, und da sind wir wieder back zum nächsten Video, und zwar schauen wir uns jetzt mal die Skins an, die kamen, und zwar mit der neuen Case, der Sheltered Web Case. Wir fangen einfach instant beim Schmankerl an, und zwar der Containment Breach, AWP. Was ein fickes Teil, guck ich jetzt mal an. Grün, ne, ihr wisst ja, grün, das ist meine Farbe, ja, guck mal. Ich könnte nicht zufriedener sein. Wobei natürlich auch die McTen Stalker absolut krass ist. Also, die ist... Es ist... Ja, okay, das ist ein bisschen schade hier. Aber ja, geil. Also, die kommt der Hyperbeast, finde ich, schon nah. Das hat auf jeden Fall einen sehr geilen Stil, das Ding. Und jetzt haltet euch fest, guckt euch das Ding an, die Colony. Also, die ist ja fast noch krasser, wie die gerade eben gezeigten. Schade, dass es auf einer SG ist, die ich jetzt speziell nicht so gerne spiele. Aber vielleicht ist es ja was, was ihr dann doch gerne mal eine Runde zockt. Es ist natürlich etwas ungeschickt, dass die Sachen jetzt gerade kommen, wo ich die Top Ten Teile für 2019 fast beendet habe. Jetzt kommen dann wieder neue Skins dazu, die sind dann jetzt halt nicht dabei gewesen, ne, in der Vergangenheit. Aber naja, dann haben wir noch eine richtig geile Scout, eine Bloodspot-Scout. Mit dem Auge da hinten drauf, wirklich, wirklich nice. Und was auch richtig geil kommt, ist die Dezimator, oder? Auf der Tech-9. Das passt richtig. Also, es gibt ja Skins, die sind auf Waffen drauf und da passt es irgendwie gar nicht. Aber das... Leute, kann man nicht meckern. Es gibt auch eine neue Arka und zwar die Red Rod. Die ist so ein bisschen Fallout- beziehungsweise Borderlands-Style auch, oder? Anmutend, sexy, ein Mund ist drauf. Go back to hell. Das ist cool, ey. Da steht generell auch viel drauf auf dem Teil. Viele kleine Details, die man finden kann. Ja, ja, nice, nice. Oh, und noch eine Arctic-Wolf. Aha. Sagt mir jetzt nicht so gut zu wie auf der UMP. Da gefällt mir das etwas besser, wobei das hier auch nicht schlecht aussieht. Zumal es halt mal wieder ein weißer Skin ist. Da wissen wir ja alle, das kommt halt immer gut. Auch der Pfotenabdruck hier. Ein schönes Detail. Wow. Leute, die hat was, die Neon-Ply. Plü. Uh, wow, wow, wow. Ich meine, ich bin zwar kein LP7-Spieler, aber... Trotzdem. Der Farbverlauf sieht sehr schön aus. Die Farben gemischt haben was. Wobei, die war für jetzt von hier vorne aus, als wenn sie aus Pappeschichten zusammengelegt wäre. Ply ist ja auch, ne? So wie Plywood. Das ist doch diese... Ihr wisst schon, Pressspan, oder? Presspappe oder Sperrholz, eins von beiden. Und jetzt schaut euch mal die P2000 an. Da bin ich heute Nacht schon im Video so ein bisschen ausgerastet. Wobei die da lila aussah, glaube ich. Oder? Eher Liliana als Rot. Naja. Dieses Mal kamen wirklich richtig geile Sachen. Es geht immer weiter. Auch die Embargo Pibi Bison sieht gut aus. Die hat jetzt auch wieder, also ganz besonders, so einen Fallout-Style. Also für mich eben. Sieht die stark nach einer Fallout-Waffe aus. Auch der Flamable-Kanister da unten dran trägt seine Sache dazu bei. Und die Frau auf der Waffe, Leggy. Mit der M249 kommt die erste Waffe, die mich jetzt nicht so sehr umhaut. Ist halt, sieht aus wie ein altes Maschinengewehr, ne? Von der Amis liegen geblieben. Bisschen angerostet und dann doch wieder aufgehoben und damit rumgeballert. Wenn man in Richtung Rust-Code oder verrostete Waffen geht, ist es sicherlich schon was Neues. Oder? Ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gab mit diesen Rostflecken. Ja, hat was. Hat was. Aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingskin. Die Elites hingegen. Die haben was. Die könnten von einem Drogenbaron sein oder so. Die Balance. Klar, die spielt man jetzt auch eher selten, die Teile. Aber die Dueling Dragons haben mir schon gut gefallen. Und ich habe mitunter auch die 1,6er schon gespielt. Von der letzten Case, die rauskam. Und ich denke, wenn ich die haben sollte, irgendwann mal werde ich die auch ein bisschen spielen. Guck mal, da kann man reinschauen in den Lauf. Die neue MP5 finde ich jetzt nicht so cool wie die letzte. Das war ja dieser Agent oder Spy oder wie sie hieß. Die sah auf jeden Fall besser. FBI, oder? Ich glaube FBI. Die sah besser aus als jetzt diese hier. Trotzdem, ja, kann man mal machen, ne? Der typische Blue Skin, den man dann ständig zieht, wenn man Kisten öffnet. Ja, und jetzt kommen halt generell so die untergelegeneren Waffen. Wobei die G3 SG-1 mit dem Black Sand Skin an sich ja gar nicht so unhübsch aussieht. Da sie aber halt in CSGO nicht gespielt wird und so weiter, ist es, ja, in einem Jägerspiel oder so. Oder in einem, was weiß ich. Bei Arma oder anderen ähnlichen Spielen kann man sich das eher vorstellen. Aber bei CSGO ist es halt irgendwie so, naja, wer spielt die schon, ne? Wer spielt schon Autosnipe? Also wirklich ernsthaft. Ja, und die Scar 20 macht es nicht besser. Also die ist sogar, würde ich sagen, die schwächste Waffe im Glied. Wohingegen die Nova, trotz dessen, dass sie ein Blue Skin ist, extrem geil aussieht. Mit den Federn. Könnte auch aus dem Jägerspiel sein, ja. Die ist wirklich cool. Also für ein Blue Skin geht die voll klar. Und zu guter Letzt kommt der Revolver. Der nennt sich Memento und auch dieser Skin oder dieser Revolver könnte bei einem Drogenbaron neben dem Bett im Nachttisch liegen. Vielleicht noch mit einem eingeritzten Namen hier in das, äh, in dieses wunderbare Material. Kann man mal machen. Ja, das war's dann soweit mit diesem Skin-Video. Ich werde euch jetzt dann gleich noch die weiteren Sachen vorstellen in separaten Videos. Äh, wir sehen uns also dann in, keine Ahnung, einer Stunde oder so wieder. Ich versuche die Videos ganz kurz zu halten. Oder so kurz wie möglich halt, dass, äh, dass es einen nicht erschlägt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis später im Livestream. Ciao, ciao. Ciao, ciao.